Okay, halt. Gut, ich nehme auf. Cute Gerbil. Wir spielen Speed Builders, aber wir spielen es nicht alleine, da ihr schon eine andere Person lachen hört. Hi. Wieso können wir die letzten paar Tage nicht aufnehmen und ich glaube, der Hund ist noch bei dir, oder? Ja. Ja, weil ich scheiße bin. Das ist die Begründung. Wusste ich gar nicht, ich dachte, es liegt gar nicht an dir. So, jetzt bin ich auch wieder trainiert. Das ist natürlich mit deinem Schulter. Jetzt bist du ja nicht der Beste, was hast du gesagt? Ich ist es nicht. Höh? Hätte ich immer nicht verstanden. Oder hast du mit dem Hund gesprochen? Nee, ich hatte gerade dieses... das Ohr von dem Hund oder was auch immer das sein soll. Ich glaube, das ist ein Hase. Mit Schlappohren. Ah, das könnte doch ein Hund mit Schlappohren sein. Meine hat solche Ohren. Und ich hatte das Ohr irgendwie falsch gesetzt und kam es nicht wieder ab. Ja. Ja, ich glaube, Anvils haben sie immer noch nicht repariert. Also alles, was mit Anvils zu tun hat, ist eine heikle Situation. Also ich glaube, ich kenne aber nur die Männerhöhle und die Waffe. Die zwei haben nur diese Dinger. Ja. Und bei mir funktioniert das mit den Anvils aber immer... Also ich drehe die immer meistens einmal. Die... ja, die Waffe... bei mir hatte die Waffe mal funktioniert, indem ich einfach, ähm... Ich habe das Ding an den oberen Block gesetzt und dann hat es auf einmal geklappt, weil es irgendwie noch so ein minimales Fallgeräusch gemacht hat. Als wenn die erst von oben auf etwas herabkommen müssen. Ich weiß auch nicht, dass es eine seltsame Sache oder... Ja. So, Chani. Mein Hund ist gerade auch noch mein Bett gebrochen. Okay, halt. Irgendwas stimmt bei mir nicht. Stimmt immer noch nicht. Oh. Knöpfe vorne? Hä? Ich habe... ja. Ich habe den Knopf dran gesetzt. Dann abgemacht. Dann woanders hingesetzt. Dann wieder abgemacht. Dann wieder an die erste Stelle vom ersten Mal getan. Und dann war es ein Perfekt. What? Okay. Also der Grund, dass wir immer noch kein Ip und Ob aufnehmen konnten, ist nicht, dass du scheiße bist, sondern dass eventuell dein Internet, eventuell mein Internet, eventuell die Ip und Ob-Verbindung scheiße ist. Low Road, kenne ich nicht, aber kriege ich hin. Oh nein, das sind Half-Steps, die muss man alle so platzieren. Dann mache ich die zum Schluss. Ja. Das ist nervig. Es gibt zwei Buttons. Ich habe mir das jetzt einfach mal... Ich habe mir das nicht so genau angeschaut. Ich habe den mal gegenüber von dem anderen Button auf dem roten Teil gesetzt. Ja, da muss man hin. Okay. Hast du das denn schon öfter jetzt mal wieder gespielt gehabt in den letzten Runden? Ich glaube, ich habe das vor ein paar Wochen mal wieder... Vor ein paar Wochen... Naja gut. Von der Woche vielleicht gespielt, aber sonst eher selten. Ja, ich spiele das jetzt auch selten. Wenn es dir so eine generelle Statistik gibt, dann wäre ich schon gerne mit so ganz oben in der Lead, um zu zeigen, dass ich der Beste bin. Oh, ich habe gerade geschafft. Hund, hör auf! Aber jetzt kann ich halt auch nicht mehr... Das ist doof. Jetzt kann ich auch nicht mehr irgendwie hier diese Wegguck-Challenges oder so machen, weil die Hälfte der Sachen einfach wieder neu sind und ich kenne nicht mehr so viel. Okay. Es scheint auch irgendwie, als wäre es viel zu viel Neues geworden. Das weiß ich nicht genau. Ein paar neue Sachen sehe ich, das hier zum Beispiel gerade. Aber ansonsten... Das sah von meiner Seite aus nicht so viel aus. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was ich machen muss. Bedämmt. Ein Block! Nein! Ein Block! Was ist das? Das habe ich dir nie gebaut. Wer hat das gemacht? Ich gucke mir da eins an und denke, was ist das? Guck in den Namen, mein... Ups. Hey, Mann, das könnte Pokémon werden. Glück gehabt, dass der andere noch so scheiße war. Triple Miss in Pokéno. Power of the Sheep. Okay, das kenne ich wiederum. Das ist easy. Mein Hund ist wieder total laut. Ich hoffe, das hört man bei dir nicht. Ne, bisher gar nicht. Das ist gut. Der wühlt gerade an irgendeiner Mülltüte rum. Blöder Hund, Alter. So ein dummes Vieh. Deshalb habe ich Katzen. Die wühlen im Zeitungspapier rum. Und springen in Tüten rein. Oh, das ist auch nett. Ach ja, unsere erste Katze damals, die bei meinem Bruder immer und immer wieder in den Mülleimer reingesprungen ist. Dann hat sie mal von drinnen rausgeguckt und dann haben wir sie mal angeguckt und dann ist sie rausgegangen und kurz darauf wieder reingesprungen. Dann hatten wir ihr, was sie etwas am Auge hatte, eine 500 Euro Operation bezahlt und eine Woche später ist sie entlaufen. Oh, das ist ganz backwoll. Ach, von der hätte ich mir einen neuen PC holen können. Also wir hatten es gestern schon mal probiert oder vorgestern und haben es heute auch wieder probiert. Es will nicht. Ich kann das Heu nicht platzieren. Oh, das ist gut. Ich kann ein Heu nicht platzieren. Wo ist er? Ist das Pferd im Weg? Ist bei mir nämlich, glaube ich, der Heu. Ja. Einfach das Pferd einmal. Zum Pferd. Fällt mir ein. Ich habe es zum Leben erweckt, ja. Scheißvieh. Perfekte Mitch. Also wir hatten es vor zwei Tagen probiert und dann heute jetzt eben auch nochmal. Es war schon leicht besser. Aber sie ruckelt sich einfach durch die Gegend. Aber du hast ja auch gesehen, dass ich mich glatt bewegen konnte. Also ich glaube doch schon, dass es irgendwie an dir liegt. Ja, glaube ich auch. Es ist aber trotzdem deine Schuld, um das nochmal klarzustellen. Ach ja, das natürlich auch. Es ist so gut, dass man das nicht hören kann bei dir, was man Hundegott macht. Das ist echt mega schlimm. Doch jetzt konnte ich es minimal hören, dass so ein leichtes Schisch-Geräusch kam. Ach, okay. Gut. Der Hund hat seine Fame-Hurigkeit kurz gezeigt, dass er ins Video wollte. Ja. Das habe ich jetzt falsch gemacht. Ah, okay. So hochgebaut. Okay. Gut. Ich habe 84%. Das könnte nicht gut ausgehen. Ja. Ja, ich glaube, du bist tot. Ja. Ich schmeiße da mal kurz den Hund raus und mute mich. Okay. So. So. Ich weiß halt nicht, wie wir das aktuell machen wollen. Ich... Das war doch dunkler, oder? Ich persönlich... Ähm... Ich habe nochmal die Level durchgespielt und ich habe bis jetzt schon geschafft, vier Level auf das volle Punktzahl-Dingens zu bringen. Und... Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie alleine machen möchte, oder so. Eigentlich eher ungern. Und ich habe irgendwas falsch gemacht. Das war definitiv falsch und der Typ hat es auch und... Was habe ich getan? Ah, das muss unten hin. Hoppfer. Hallo, ich habe hier gerade die Lage erklärt. Ja, wie soll ich mich da nebenbei konzentrieren? Vor allen Dingen bei... Three Shades of Grey. Ach, Mann. So was Leichtes. Das muss einen Konzentrationsmangel gelegen haben. Das hätte man sonst nicht falsch bauen können. Ja. Okay, gut. Aber wir hängen direkt noch eine Runde hinten dran, weil ich weiß, dass zwei Runden hintereinander gut funktionieren. Und wieso habe ich gerade nur 30 FPS? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe das immer auf 60 eingestellt. Dann sind wir trotzdem nur auf 30. Und einmal hatte ich Minecraft mit 60 FPS aufgenommen. Und es war so schön glatt. Es hat sich so neu angefühlt. Ich liebe es! Hm! Vielen Dank. das ist auch neu oder so nahe ich glaube ich schon noch von vor dem Update und das war aber was man sehen kann wer schnell bauen kann und wenn nicht er ist immer schon nicht ist der Typ der vorher gewandert werden vorher gewonnen was hat der denn da gemacht was ist das hier denn mal gucken ob der Typ noch drin ist ne ich glaube sind es jetzt schon nur so wenig Leute ah ja es sind schon die Hälfte wieder raus ich weiß nicht was der Typ gebaut hat weil ich es nicht sehen konnte er hatte außen auf den Rand irgendwie die Milch drauf gepackt ich weiß nicht wie er auf die Idee kommt vielleicht ist der sein Oreo so ich kenn mich damit nicht aus ich hab ja wie gesagt noch nie einen gegessen aber auch nicht ich weiß nicht wenn ich sowas in der Schule erzählen kommen wir mal einige Leute dumm als ob das so besonders wie das Oreo zu essen das ist noch nie gehabt muss man eine Schule fragen ob irgendwer wütend wäre ich glaube bei mir sind die da relativ normal die Rast dann nicht aus so wo bist du denn eigentlich du bist in der Ehe in der Ecke haben das alle richtig gehabt ne er hat modern art gemacht was hat was warum hat er da oben die lila drauf gepackt coziest fireplace ah das ist schwer die beiden half steps müssen über den über den Metallzaun ok ich verkackte ihn glaube ich jedes mal ah ne sie haben es rausgenommen es gibt keine half steps mehr davor waren das immer zwei half steps die dahin mussten wahrscheinlich weil das niemand rausgefunden hat ich habe auch immer gedacht die müssen oben hin und das Holz kommt hinten links an den Kamin ja das habe ich immer richtig glaube ich aber den Kamin baue ich irgendwie immer falsch mal schauen ah ohne dass ich aufgepasst habe ich muss mich mal langsam wieder konzentrieren wenn ich auch Leistung bringen will statt nur Worte also ich hatte halt gerade ich habe halt während du ja während du nicht da warst habe der Typ neben dir er hat Super Mario nachgebaut oh mein Gott ich habe halt gerade drüber gesprochen habe dass ich halt einige Level komplett geschafft habe warte mal eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn 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 oder elf zehn okay das heißt ähm bei Stielende muss man auch mit der Pflanze anfangen so habe ich das gemacht okay okay halt ähm ich hatte halt darüber gesprochen dass ich einige Level auch alleine jetzt ohne dich mal probiert und geschafft hatte mhm und ja ich würde das aber trotzdem glaube nicht gerne machen wollen baue ich das jetzt falsch ich hoffe nicht ich weiß gar nicht was ich hier gerade mache oh Gott ich habe nur fünf Blöcke ist das so richtig ja ist es wow ähm ich habe oben falsch gebaut ja geht aber ja na doch war bisher ich wurde außen eigentlich ich habe innen und es hätte außen gemusst eins zwei drei eins zwei drei achso achso okay ja gut okay das ist wieder leicht ja ist irgendwie fast wie das andere auch naja meine Map ist noch nicht wirklich weiter gekommen ich habe hier zu ihr eine Map begonnen die schon über 120 Plätze hat wo man diese Dinger nachbauen kann und dann können Leute die auch auseinander nehmen falls ja die Innereien nicht wissen nein äh scheiße was war denn jetzt wo ich gucke mal einen anderen an der es jetzt schon falsch macht du hast da gerade nur zwei platziert dann lege ich da auch nur zwei hin wo du zwei hingetan hast das ist ja meistens eigentlich richtig also ich denke das sollte so stimmen wie ich das bauch ja ich habe mich nur gerade nicht auf die Stelle konzentriert yay okay also ohne dich würde ich das denke nicht weitermachen wir können es halt jetzt noch mal eine Frage testen aber dann müsst ihr halt erstmal damit ohne leben dann würde ich jetzt vielleicht anfangen also dann lade ich morgen definitiv auch endlich mal die zweite Folge der Binding of Isaac hoch ja die schon vor Ewigkeit äh Ewigzeiten mit aufgenommen wurde mit der ersten und werde dann mal dieses eine Horrorspiel äh ah ok grün, rot, blau, gelb oh Gott sei denn das viele Blöcke ja grün rot blau gelb ok und jetzt kommt der ganze Rest ähm ich habe da so ein Horrorspiel gefunden Point and Click Horror das doof ist ich kenne Episode 1 schon auswendig aber ich werde in dem Video einfach so tun als würde ich es nicht kennen auch wenn ich trotzdem nicht losschreiben werde weil ich bisher auch noch nicht so Sachen wirklich gruselig fand halt wie super ok ich lege schon mal das Glas alles richtig und die Blöcke noch nein den habe ich nicht mehr geschafft ok ich habe die zwei Ebenen richtig hast du ich hab gewonnen eventuell habe ich gewonnen haha 85% wie bist du so schnell gewesen die Sache ist halt ich habe mir ich habe mir alle vier Seiten erst einmal vorgelegt damit ich die Farben wusste klar das hat viel Zeit weggenommen aber wow ich habe auch erst unten die also ich habe mir jeweils erst die Steine gelegt dann die Farbe schon mal drauf und ich weiß wo was sind ja dann musst du dir ja erstmal noch länger merken wo grün, rot, blau und gelb hinkommt ich habe die ganze Zeit rot, blau, gelb, grün gedacht Charly, ich bin impressed ich gehe mal kurz Return to Heart ja was uns in der Runde losgeht mensch krass ok dann hat Charly auch mal ihre Erfolgserlebnisse gehabt und naja keine Ahnung ip und ob werden wir halt wieder bringen wenn es geht ist ein bisschen schade weil ich denke einige fanden das Projekt auch toll bisher es hat jetzt nicht so wenig Aufrufe und dann werde ich mal diesen Horror probieren und gucken gemeinsam mit euch rausfinden ich kenne das Spiel ja noch nicht komplett ich habe es nur Episode 1 mit meinem Meer angeschaut werden wir mal schauen ob Point & Click gruselig sein kann im April habe ich dann auch schon ein nettes Spiel vorbereitet und ja dann danke fürs Zusehen und dann haben wir das erstmal zusammen erläutert und dann gab es auch mal wieder ein bisschen Charly Content ja freust dich über dich selber Charly ja auf jeden Fall das kriegt ein Like von mir haha 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 ok gut danke fürs Zusehen tschau tschüss das tschüss war jetzt voll leise bei dir oh haha ich nehme aber noch auf du hast noch eine Chance tschüss haha haha eigentlich hätte ich jetzt so richtig nah ins Mikro reingehen müssen aber warte nein ok gut Aufnahme weg pancakes aus hin stop hin bis hin 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 h hin 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 hin